So, hi Freunde, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir haben hier hinten einen Fettsack und einen Schreihals, wie ich im letzten Part schon erwähnt habe. Und James hüpft hier schon mal fleißig runter, ja, auch gut, wenn er will. Nein. Nein. Das darf doch nicht... Zwei von denen. Lauf doch nicht weg, ich wollte dir gerade eine Granate in den Arsch schieben. Ach nö. Nein. Ja, mit der Brandmundition sind die aber nicht sehr... ...schwierig, wenn ich ehrlich bin. Hab mir das mehr auf, mein Freund. Streng dich mal ein bisschen an. Oh. Oh, nein. Verdammt. Den hab ich gar nicht gesehen. Obwohl der so groß ist. Super. Nein, 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 nein. Haut drauf. Boah. Also da kommt man dann schon so ein kleines bisschen ins Schwitzen. Ich wusste es. Drei Stück. Drei Stück, Freunde. Auf was haben wir uns da eingelassen? Ganz ehrlich, auf was? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Verdammt, ey. Das darf doch echt nicht wahr sein. Wo sind wir denn hier? Im Zirkus oder was? Was soll denn das? Ich werde gleich umgebracht. Ich hasse diese Bumgees. Ich hasse sie. Jetzt muss ich nochmal so ein Medigill nehmen. Ist der Fettzeug schon down? Ich glaub schon, oder? Oh, oh, oh. Haut drauf, Freunde. Haut einfach drauf. Alles, was ihr habt. Haben wir noch Granaten? Haben wir noch Granaten? Ne, haben wir nicht. Was habt ihr denn so? Was habt ihr denn so? Äh, Spielergranate. Hallo? Hallo? Nochmal, bitte. Und. Weg mit dir. Halt die Klappe. Halt einfach die Klappe. Das ist echt nicht mehr lustig. Das ist kein Spaß mehr. Das ist einfach nur krank. Was haben wir denn hier? Forschungsdaten. Credits. Und Munition. Das ist natürlich wichtig. Gut. Wir kommen raus hier. Anscheinend. Gut. Danke. Mysteriöse Stimme. Kommen wir hier nicht irgendwie? Kommt ihr rein? Hallo? Ach nee, wir müssen hier. Ah, okay. Verstehe. Ihr steht ineinander. Bequem? Na egal, das ist ja nicht mein Problem. Ist ja euer Problem. Sie haben es gehört. Bereit machen. Ja. Ich bin bereit. Shepard. Shepard. Commander Sheik. Perfektes Timing. Die Waffe runter. Nein. Orianna wollte mich erschießen. Ohne Zweifel Mirandas Einfluss. Leider daneben. Wo ist Kai Lang? Ich weiß nicht. Weg. Hat meine Forschung genommen und uns zurückgelassen. Miranda, hören Sie mich? Das ist nah genug. Alle beide. Ich werde beenden, was Kai Lang nicht getan hat. Jetzt ist Schluss. Im Gegenteil. Die Reaper sind kein Problem mehr. Wir haben einen Ausweg. Loslassen. Shepard, er darf sie nicht haben. Shepard, bitte. Sie brauchen sie nicht. Lassen Sie sie frei und sie können gehen. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich wieder entscheiden. Alles andere ist weg. Die Waffe runter und zur Seite treten. Orianna hat schon genug durchgemacht. Verdammt. Shepard. Mach mal das. Okay, es ist gut, dass wir... Mirandas, es tut mir leid. Psst, hör mir zu. Hör zu. Ich wollte ein normales Leben für dich. Heiraten. Kinder. Was ich nie haben konnte. Er hat mir von dir erzählt. Danke. Für die Rettung. Du verdienst ein Leben, Orianna. Mach's gut. Shepard. Ja? Ich bin hier. Bevor Kai-Lang ging, habe ich ihm einen Sender angehängt. Einen Sender? Alles. Niemand ist perfekt. Aber Ori ist in Sicherheit. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen. Nein. Haben Sie nicht. Ihre Schwester ist bei mir sicher. Gute. Ich wünschte nur... Ich... Miranda. Miranda. Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Wir bringen Sie weg von hier. Rest in Peace. Also... Blöd. Extrem blöd gelaufen. Dagegen, dass Sie sich um die Zuflucht kümmern, Commander. Zu viele Unbekannte. Aber ich hatte Unrecht. So viele Flüchtlinge. Dieses... Gemetzel. Nur um die Indoktrination zu studieren. Die Zuflucht musste geschlossen werden, Sir. Was Sie über die Reaper erfahren haben, war die vielen Opfer nicht wert. Die Information ist nützlich. Aber Sie haben Recht. Der Preis war zu hoch. Wissen wir, wo der Unbekannte sich aufhält? Ja. Kai Leng hatte einen Sender von uns, als er sich zurückgemeldet hat. Gut. Damit haben wir eine Chance, Cerberus aus dem Spiel zu nehmen. In der Tat. Für die Information wurden große Opfer gebracht. Ich werde die Rechnung begleichen. Wir vernichten Cerberus und dann sind die Reaper dran. Verstanden. Back at Ende. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Was meint ihr? War das jetzt die richtige Entscheidung? Dass Miranda stirbt und ihre Schwester dann überlebt? Sozusagen. Dass sie sich für sie opfert? Und ihre letzte Kraft aufbraucht? Das ist jetzt die Frage, natürlich. Also ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Was ist das für ein Lager ansehen, in dem Menschen zu Hasks gemacht werden und dann sagen, ja, da will ich mitmachen. Dieselben, die sich von... Das weiß ich nicht. Was, was, was stellen die sich mir für Fragen? ...vorfälle auf Horizon Tali sehr mitgenommen. Sie ist in der Lounge, falls Sie nach ihr sehen möchten. Ich will jetzt erstmal nach Cerberus... Cerberus... Cerberu... 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 Nach Cerberus... Nach... Nach der Cerberüstung will ich jetzt erstmal schauen. Wo ist denn der jetzt? Wo ist der Peilsender? Wo sehe ich das? Wo sehe ich das? Massenportal Das dürfte ich ja hier irgendwo sehen, theoretisch Aha Da haben wir den kleinen Wicht Da haben wir ihn Auf frischer Tat ertappt Sehr schön Mal eben schauen kurz Moment Wo haben wir es denn? Hier Da gehen wir jetzt mal hin Anadius System anfliegen So Was haben wir denn hier? Krono Station Der rote Supergigant Anadius ist eine Fußnote auf den Sternenkarten des Pferdekopfnebels Was sind denn das für Namen? Ein kalter, sterbender Stern mit der 20-fachen Masse und dem 1500-fachen Radius von Sol Boah, ist das heftig Idis Hinweis Hinweis Okay, da müssen wir auf jeden Fall hin Aber das machen wir im nächsten Part, glaube ich Schau mal noch, wie lange der ist Ihre Informationen sehen gut aus Die Flotten sind bereit Aber? Wenn wir gegen Cerberus vorgehen Werden es die Reaper bald darauf mitbekommen Und der Tegel? Fertig Bis auf den Katalysator Aber wir können die Schiffe, die Cerberus angreifen, nicht verstecken Sobald wir angreifen Wieder eine neue Sequenz Cool Wieder hinterher rennen Shepard Lauf doch nicht so schnell Lauf doch nicht so schnell Verdammt Das ist halt jetzt die Frage Das hängt einem immer so ewig lang dann hinterher Hat man jetzt das Richtige getan? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Und warum habe ich was Grünes an? Ne Wir sehen uns Shepard Wir sind da Die Crew wartet Ja, wir wollen uns erst mal anziehen Würde ich sagen Das Einsatzteam ist drin Stellung etabliert Fünfte Flotte Vorstoß Und danach will ich an meinem Himmel kein Cerberus Schiff mehr sehen Shepard Ich sollte Sie bei dieser Mission begleiten Warum? Das ist die Operationszentrale von Cerberus Die Sicherheitsmaßnahmen werden massiv sein Meine Kenntnis der Cerberus Algorithmen und die aktualisierten Protokolle dieses Körpers sind ihre beste Chance auf Erfolg Packen Sie Ihr Zeug Auf geht's Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part Also Ja, gibt es jetzt noch ein Ladebildschirm? Ja, Ladebildschirm gibt es, aber Ich glaube, das machen wir im nächsten Part Ja Also danke fürs Zusehen Hoffe, ihr hattet Spaß dabei Und bis zum nächsten Part Ciao Ich hab das Ding gleich repariert Nur noch einen Moment Ja, beeilen Sie werden nicht fürs dumm rumstehen bezahlt Klar Tschüss Bride Tschüss Schöpriere Sie Gott Tschüss Schöpriere S chän Es Nein Schöpriere Sie Josh 401 Du bewusst Entste Ich Sport